Hallo, heute möchte ich Suppe kochen und zwar gibt es Brokkoli-Kokossuppe. Was ich jetzt dafür benötige, habe ich soweit im Großen und Ganzen schon mal vorbereitet. Ich habe jetzt zunächst mal zwei Zwiebeln genommen, die waren nicht so besonders groß, sonst hätte auch eine gereicht. Ein kleines Stück Ingwer, etwa so viel wie eine Walnuss, das Ganze habe ich schon mal klein geschnitten. Dann habe ich ein Hähnchenfilet klein geschnitten, ein Brokkoli gewaschen, die Röschen alle schon mal abgeschnitten, 12 bis 13 frische Champignons jener Größe auf Scheiben geschnitten, ich brauche etwas Limettensaft, 400ml Kokosmilch, etwas Öl, ich brauche von meiner gekörnten Brühe, die habe ich selbst zubereitet, als Gewürze brauchen wir Pfeffer und Salz, Koriander und Curry und natürlich etwas Olivenöl zum Anbraten. Und dann möchte ich euch gerne noch zeigen, von dem Brokkoli verwende ich natürlich nicht nur die Röschen, sondern auch den Stiel, den habe ich jetzt extra noch nicht klein gemacht, um das mal zu zeigen. Den habe ich jetzt hier also geschält und der wird dann jetzt schön noch auf kleine Stücke geschnitten. Als erstes wird nun das Fleisch angebraten, jetzt brate ich Zwiebel und Ingwer an, dazu kommen nun der kleingeschmittenen Brokkoli, denn der braucht ja nun etwas länger zum Garen, wie am Schluss dann die Röschen. Als nächstes dann jetzt gefolgt von den Champignons, die möchte ich gerne auch so ein klein wenig mit anrösten, das schmeckt mir persönlich immer besser, wie nur gekocht, wenn die so ein ganz klein wenig mit geschmort sind. Natürlich jetzt muss ich wieder etwas Öl nachgeben, weil die Champignons ja nun doch bekanntlich ziemlich ziehen an Öl. In der Zwischenzeit habe ich mir jetzt gekörnte Brühe zubereitet, die gieße ich jetzt dazu. Das war jetzt so ungefähr ein halber Liter. Jetzt wird meine Kokosmilch dazu gegeben. Das ist oben immer ziemlich fest. Die schmilzt jetzt quasi. Das Hähnchen wird nun wieder dazugegeben. Ein kleiner Schuss Lemmensaft, Pfeffer und Salz, Currypulver, die Brokkoli-Röschen, die sind ja noch gar nicht gar, die kochen wir jetzt mit auf, und etwas Koriander. Die Suppe habe ich jetzt anschließend mit dem Brokkoli-Röschen noch so gute 10 Minuten kochen lassen. Das kommt einfach auf die Größe der Brokkoli-Röschen an. Da muss man dann halt abpassen mit einer Gabel, bis das die gar sind. Dazu gibt es nun bei uns Toastbrot oder man kann Brötchen dabei essen, ganz nach Belieben. Jetzt hoffe ich, es hat euch gefallen. Sag euch lieben Gruß. Bis bald. Tschüss.